Die Tosh Pyro 60 Batterie, produziert von Geisha oder importiert, eine 12-Schuss-Batterie mit einer Effektdauer von 18 Sekunden und einem Kaliber von 20 mm. Das ist ganz interessant, weil von der Bauweise würde diese Batterie eigentlich Platz für 15 Schuss haben, allerdings sind hier 3x3 Schüsse, hier ist dann ein Hohlkörper bzw. einfach Styropor oder sowas gegengeklebt und hier sind dann die letzten 3 Schüsse, die glaube ich als final Dreiersalbe geschlossen werden. Ja, die Batterie hat eine NEM von 73,2 Gramm, also nicht sehr hoch und war eine Fehlbefüllung, deswegen glaube ich bei Tosh Pyro für 3 Euro gekauft und ich bin gespannt, was sie taucht. Ja, so... So.